Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute melde ich mich aus einem ganz oder von einem ganz besonderen Ort auf dieser Welt, und zwar von der Antarktis. Ja, was mache ich hier? Nun ein bisschen Urlaub, aber auch während des Urlaubs muss ein bisschen Arbeit sein. Sie merken, ein bisschen reif vor dem Mund. Ja, wir haben hier ziemlich genau 0 Grad. Wir sind im Sommer jetzt hier in der Antarktis im Hintergrund die Paradise Bay mit den Gletschern. Das ist die antarktische Halbinsel, die sich in das Südpolarmeer hinein erstreckt. Dort ist es durch das Meer etwas wärmer als auf der Antarktis selber. Und so kann man hier im Sommer eigentlich ganz schön umherfahren mit Schlauchbooten, durch die Eisschollen fahren, Pinguin-Kolonien besichtigen und so weiter. Warum nun heute Whisky hier von der Antarktis? Nun, es gibt einen ganz berühmten Antarktisfahrer, der in den goldenen Jahren der Antarktisforschung durch die Antarktis vier Expeditionen gemacht hat, und zwar ist das Ernest Shackleton. Und Ernest Shackleton hatte ein Fable für Whisky und für seine Expeditionen wurden größere Vorräte von Whisky, ja, Malt-Whisky, eingekauft. Da gibt es, das zeige ich Ihnen hier auch, ein Faximile von dem Einkauf. Und die Flaschen wurden damals, das ist eine Replika-Flasche, die es aktuell nicht mehr zu kaufen gibt. Auch davon haben wir Videos auf whisky.de schon gedreht. Die wurde also in Stroh verpackt. Und darunter befindet sich jetzt nun die Flasche von der Firma damals McKinley. Die ist dann in der Zwischenzeit zur Firma White & McKay mit übergegangen. Und hier ist nur noch ganz wenig drin. Aber das ist so die Flasche mit dem Etikett, wie es damals früher aussah. Und die Firma White & McKay hat gesagt, wir kreieren diesen Whisky nach. Und zwar von den Brennereien wie Glenmore, die es damals gab. Und haben das anhand von zwei Proben oder zwei Flaschen, von denen sie Proben gezogen haben, die aus dem Camp von Shackleton bei seiner vierten Expedition, bei seiner dritten Expedition, glaube ich, mit der Discovery. Also jetzt müssen wir erst mal gucken, damit ich Ihnen hier nicht ein bisschen Unsinn erzähle, habe ich mir das aufgeschrieben. Wir haben also in Ernest Shackleton 1874 bis 1922. Das war ein Irre. Damals gehörte es zu Großbritannien. Und er kam, er nahm an vier Antarktisexpeditionen teil. Das erste war die Scott Discovery Mission. Da wurde er gleich früh krank nach Hause geschickt. Die zweite Expedition war 1908 mit der Nimrod. Das war die größte Annäherung an den Pol, was man bis dahin geschafft hatte. 88 Grad, 23 Minuten, 180 Meilen vom Südpol entfernt. 1911 hat Amundsen dann den Südpol als erster erreicht. Und die dritte Expedition von Shackleton war die Durchquerung der Antarktis 1914 bis 1917 mit der Endurance. Expedition, aber er schaffte es nicht. Er scheiterte. Und im Weddellmeer, wo wir in der nächsten Woche dann auch hinfahren werden, auf der Ostseite der antarktischen Halbinsel, Peninsula, da ist das Weddellmeer, da wurde das Schiff dann zerdrückt. Und es gab eine abenteuerliche Rettungsaktion durch Shackleton, die dort überwintert haben. Und mit einem kleinen Boot Hundert oder gar Tausende von Seemeilen zurückgelegt haben und Rettung geholt haben. Und alle Mitglieder wurden damals gerettet. Und die Perversion der Geschichte war, dass dann einige 1914 oder 1917 dann zurückkamen und dann noch in den Ersten Weltkrieg gingen und dann dort starben. Die vierte Expedition 1921 war die Quest-Expedition. Und noch vor der eigentlichen Start der Expedition starb dann Shackleton. Das soll so ein bisschen als Einstimmung gewesen sein. Und was ist jetzt heute besonders an dieser Flasche? Wir haben jetzt eine neue Flasche, heißt Shackleton, wurde nach dieser ersten Replika-Flasche, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, vom Hersteller neu aufgelegt. Und jetzt nicht mit diesen absolut raren, teuren, seltenen Whiskys, sondern ja mit verfügbareren Whiskys. Und davon möchte ich jetzt mir einen einschenken. Ja, das Schiff fährt noch nicht. Wir wollen gleich, wir waren gerade auf Expedition und wollen gleich los. Und das Schiff ist halt 140 Meter lang oder 138 Meter lang. Und das fährt nicht so schnell los, das wird auch nicht so schnell schaukeln, weil wir hier in der Paradise Bay noch geringe Dünung haben. Ja, riecht fruchtig. Und wir haben gestern mit der Historikerin, die wir hier an Bord haben, ich versuche mal und hoffe, dass ich mit ihr vielleicht noch ein Interview führen kann. Dann haben wir den alten, den ersten Replika-Shackleton probiert, den McKinleys. Und der war qualitativ, sagen wir es mal so, begrenzt. Nun, damals war die Qualität nicht besser. In der alten Zeit, die gute alte Zeit, in der alles schlechter war. Das heißt also, auch damals war der Whisky nicht unbedingt so gut, wie er heute war, wenn man heute gute Produktionsprozeduren hat und genau aufpasst, wann man den Mittelkat da rausschneidet. Also an dieser Stelle muss man sagen, die Gnade der späten Geburt. Wir haben heute besseren Whisky als damals. Nun, der Whisky damals war sehr authentisch. Und wenn man in der Antarktis damals mit rudimentären Mitteln, mit Segelschiff unterwegs war und man dann einen Whisky dabei hatte, ich glaube, da schmeckte ziemlich jeder Whisky gut. Ja, gut. So, jetzt sollen wir mal versuchen zu probieren. Wir sind hier auf der windabgewandten Seite, dass also man tatsächlich wohl etwas riechen kann. Der Whisky stand drinnen, ist also tatsächlich wärmer, aber die Luft hier ist jetzt ein bisschen kühler. Allerdings sehen Sie, mein Atem kondensiert nicht mehr, weil jetzt halt der Wind nicht mehr so mit seiner Kälte hier auf dem Schiff steht. Ja, dieser Whisky hat jetzt weniger Alkohol. Der ursprüngliche hatte 47,3 Volumenprozente und den hat man jetzt auf 40 Volumenprozente runtergenommen, damit er ja kompatibler mit den Massen ist. Die Flasche kostet 32,90, ist für jeden ja erschwinglich. Und jetzt kann man hier ja nachempfinden, wie damals so ein Whisky geschmeckt hat. Er hat eine, ja, eine Fruchtnote. Ja, ein bisschen kühl kommt es doch von der Seite, ne? Und ich meine eine ganz, ganz zartrauchige Note, was für die damaligen Whiskys ungewöhnlich ist, weil damals waren die meisten Whisky halt doch noch ziemlich rauchig, weil ja Torf, das Brennmaterial, schlechthin war und das auch zum Darren, zum Erzeugen der heißen Luft verwendet wurde. Ja, probieren wir. Jo, genau so wie dieser Replika-Whisky von der ersten McKinley-Abfüllung, die ich hier auch verkostet hatte, finden Sie ja in unserer Whisky-Database McKinley, da die Verkostung von dem Whisky hat auch er hier in vergleichsweise intensive Eichennote im Abgang, was hingeht bis zu Espresso, ja, Cappuccino wäre zu mild, Espresso, zarte Bitterkeit, ja, stärkere Bitterkeit, verbunden mit einer leichten Öligkeit. Der Abgang, ja, man sagt, er wäre mittellang, ich würde sagen, er ist ein bisschen länger, weil er doch tatsächlich hier diese Eichennote zeigt. So, ich bin jetzt hier an dieser Stelle massiv befangen, weil ich mich hier, ja, im Anblick der Eisberge, die Wale schwimmen im Wasser, Pinguine, Orcas, Buckelwale, alles, was man sich vorstellen kann hier, die oberirdisch oder sagen wir mal, auf Land gibt es fast nichts, es gibt zwei Pflänzchen, die sind so groß, ansonsten gibt es Flechten und Moose und Algen, aber unter Wasser, da spielt sich eine Menge ab, die Pinguine jagen in Gruppen, die Orcas treiben in Gruppen zusammen und all das muss Shackleton damals, vor über 100 Jahren, ja, hier in der Antarktis genauso erlebt haben. Für ihn war es sogar noch schlimmer, weil hier alles zugefroren war, er war über Winter da, es war permanent dunkel, jetzt bleibt abends bis elf, halb zwölf bleibt es hell, morgens früh geht es schon um fünf Uhr, so viel wird es schon wieder hell. Wir sind hier gerade auf fast 65, naja, ich glaube wir sind auf 65 Grad südlicher Breite, da bleibt es schon relativ lange hell und er musste also diese langen, langen Dunkelheit im Winter mit seiner Mannschaft aushalten, sie haben Roggen gejagt, sie haben Pinguin gegessen, was heutzutage eine völlig Unmöglichkeit ist, hier ist alles geschützt, hier nimmt man nichts anderes mit als seine Erinnerung. Die Tiere haben eine minimale Fluchtdistanz, sie kommen dicht an das Boot, die Pinguine laufen einem fast zwischen die Beinen durch, es gibt da Anweisungen von der Iatro, glaube ich, heißt die, dass man sich den Tieren nicht weiter als bis fünf Meter nähern darf, aber man bleibt da nun stehen und was macht das Deal? Es kommt auf einen zu. Ja, der Mensch, den Sie kennen, war hier noch nie böse. Ja, hier mit so einem Shacklin Whisky kann man die Antarktis mental noch mal erleben, so wie sie früher war. Schauen Sie uns im Shop-System nach, wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben da und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie uns im Shop-System nach, wenn Ihnen das Video gefallen hat,